Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch ab morgen ganz genau zuhören. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist die 516. Gute-Nacht-Geschichte von Ab ins Bett. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr immer dabei seid an diesem Montagabend. Und hoffentlich hattet ihr einen schönen Tag. Jetzt sorgen wir dafür, dass es ein ganz schöner Abend wird und vor allem auch eine gute Nacht. Am besten geht das mit dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Haltet das ein klein wenig. Jawohl. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Montagabend bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 516. Gute-Nacht-Geschichte für Montag, den 24. Januar. Leo, der Lokomotivführer. Leo ist ein ganz normaler Junge. Mama sagt, manchmal kann er sogar ein wenig neugierig sein. Papa sagt, ach, er ist einfach interessiert. Leo liegt in seinem Bett. Und er war gerade mit dem Einschlafen beschäftigt. Doch müde war er noch gar nicht. Eigentlich würde er noch ein wenig spielen. Seit zwei Wochen hat er eine große Eisenbahnanlage in seinem Zimmer. Die hat er mit Papa gemeinsam aufgebaut. Und beide lieben es, damit zu spielen. Papa genauso sehr wie Leo. Sogar Mama hat schon einmal mitgespielt. Leo liebt alles, was mit Eisenbahnen oder Zugfahren zu tun hat. Alles, was auf Schienen fährt, findet er toll. Und für Leo ist auch klar, dass er einmal selber Lokomotivführer werden möchte. Von einem riesengroßen, langen Güterzug, der mindestens 20 oder 30 Waggons hat. Bis dahin wird es aber noch ein wenig dauern. Leo liebt es auch schon jetzt, im Zug mitzufahren. Nicht in einem Güterwaggon, sondern natürlich im Personenabteil. Und dann am besten die ganze Zeit aus dem Fenster schauen. Oder manchmal, da tut Leo so beim Zugfahren, als ob er der Zugführer wäre. Und er macht dann sogar auch Durchsagen. Nächster Halt, Hauptbahnhof, Ausstieg rechts, Vorsicht bei dem Aussteigen. Und als Leo die Augen schließt und kurz vor dem Einschlafen war, erinnert er sich an ein Gespräch, das er heute gehört hatte. Mama sprach mit der neuen Nachbarin, Frau Widinski. Und die sagte doch tatsächlich, dass sie Zugführerin ist und mit einem ICE fährt. Jeden Tag immer die gleiche Strecke. Und dann schläft Leo auch schon ein. In dieser Nacht aber wacht er sofort wieder auf. Und es scheint, als sei nicht nur eine Nacht vergangen, sondern gleich einige Jahre. Denn Leo sitzt auf dem Fahrersitz eines ICEs. Neben ihm steht die Nachbarin, Frau Widinski. Und sie, ja, sie gibt ihm so eine Art Fahrstunden. Sie sagt ihm, was zu tun ist, welchen Knopf er zu drücken hat, auf welche Signale er zu achten ist. Und wie das mit den Durchsagen funktioniert. Leo ist schrecklich aufgeregt. Aber Frau Widinski ist ganz ruhig und sie erklärt Leo, was zu tun ist. Schritt für Schritt. Das tut gut. So versteht Leo nämlich, wie das Ganze funktioniert. Nach der Fahrt kommt er am Bahnhof an. Ganz zufrieden steigt er aus. Frau Widinski ist auch ganz zufrieden. An der Bahnsteigkante wartet Mama und sie holt ihren Sohn ab. Auch Mama ist glücklich und zufrieden. Leo weiß aber, was er möchte. ICE möchte ich nicht fahren, Mama, sagt er ganz aufgeregt. Ich möchte immer noch einen Güterwaggon fahren. Leo wacht auf. Er weiß, dass das sicher nur ein Traum war, denn die Nacht ist noch nicht vorbei und er liegt noch in seinem Bett. Wie soll er da den Zug gefahren sein? Es bringt ihn aber auf eine Idee. Auch wenn er später einmal weiter Güterzüge fahren möchte, spricht doch nichts dagegen, jetzt mal mit einem ICE mitzufahren. Morgen bespricht Leo das gleich mit seiner Mama und sie kann dann sicher die neue Nachbarin Frau Widinski fragen. Und dann fährt Leo bestimmt einmal auch beim ICE ganz vorne mit. Leo weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Abinsbett.net Gute Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020